Ja hallo und willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play von Tesla-Effekt aus der Tex Murphy Reihe. Ja, ich schaue auf den Bildschirm und erinnere mich an unseren Weg in die Unterwelt. Das ist unser Aufnahme-Initiationsritual, der jetzt hier durch einige Räume mit einigen Rätseln führt. Die Rätsel, ja gut, wenn ich jetzt auf das hier hinten gucke, das fand ich ein bisschen nervig. Aber im Prinzip finde ich die eigentlich recht gut gemacht, weil sie doch weitestgehend selbst erklärend sind. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Rätselräume wir noch bewältigen müssen, bis wir dann in der Unterwelt ankommen. Aber erst mal kommt hier noch so ein entsprechender Spiegel. Drei mighty pharaohs have reached to the underworld and must travel across the river none. Each has been given his own guide, but each pharaoh objects to his guide crossing with another pharaoh, unless he himself is present. They also object to leaving their guides with the pharaoh on the other side of the river, arrange their passage. But remember, though the boat holds two people, one must bring it back for the other to use. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden bzw. nicht ganz mitlesen können, aber das Problem ist ja, dass das Rätsel ist ja jetzt so neulich mit diesem Fluss übergewähren und so zwei Plätze und einer muss zurückrudern. Ja, auch hier eine alte ägyptische Bima-Präsentation in unserem Grab, was unter einer romanischen Kirche steht. Ach, ich sage da bisher gar nichts zu. Aber hier die Anubische Tote, mal gucken, was Text dazu sagt. Oh, who's a good deity? Ja, was für ein braver Gond. Nice doggy. Ein hübscher Gond. Ja, und hier ein hübsches Rätsel. Mir ist jetzt natürlich nicht ganz klar, wer da ist Pharao und der Führer sein soll, aber der Mythologie folgend müsste das eigentlich der Gott Anubis der Führer sein. Und Horus, der Pharao wurde ja auch häufig als der lebende Horus bezeichnet. Also dieser falkenköpfige Gott müsste dann der Pharao sein und der Schakalköpfige ist dann der Führer. Und ich verstehe nicht, warum sie das Rätsel so klein machen jetzt. Vielleicht brauche ich auch einen größeren Monitor, aber 27 Zoll ist jetzt auch nicht so klein. Gut. Aha, der geht rein, der geht mit. Jetzt steigen beide aus. Dann müssen wir den Kollegen mal zurückschäfen. Der nimmt ihn nicht. Aha, der lässt den nicht allein mit. Ja gut. Der steigt aus zu seinem. Der will nicht. Was ist mit dir? Der will auch nicht. Da hat er seine. Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Was ist mit dem... Ich will ich jetzt gar nicht. Der kann? Verlaube ich nicht durch. Das wird ja nicht gehen. Ich brauche es so rein. Komm, vorüber macht er mich. Aber ich könnte es sein. Nein. Den könnte ich rüber schicken. Die beiden sind ja eigentlich zu groß. Ja. Mal jetzt ein bisschen rumprobieren. Okay. Na gut. Es geht weiter. Und hier brennt jetzt zuerst mal eine Fackel. Das war es ja immer nur... Sonst gab es ja immer nur Laternen. Und es scheint abwärts zu gehen. Kommen wir jetzt in die... In die tieferen... Huch. Wo steht da jemand rum? Unten im Keller. Äh... Ja. Ja, okay. Von da oben kommt ein Strahl, wird da reflektiert. Ja. Diese Strahlen eigentlich irgendwie gefährlich für unsere Gesundheit. Nö. Und da sehe ich jetzt die Sonne. Die Sonne. Pyramiden. Das ist wohl Wasser. Ah. Kannst du mir sogar sagen. Das Symbol der Erde. Ja, okay. Ja, so rein... In der Antike war ja dann Erde... Was machen das noch? Erde, Feuer, Wasser, Luft waren ja die Elemente. Die Sonne war ja dann kein eigenes Element. Sie haben eins, zwei, dreimal Sonne. Eins, zwei, zweimal Erde und einmal Wasser. Okay, und wir haben hier so einen Sargophag. Da sind die Symbol dann nochmal drauf. Red represents Earth. Red represents Earth. Red represents Earth. Blue represents Water. Blau ist für Wasser. Dann noch die Erde. Red represents Earth. Yellow represents the Sun. Okay. Jetzt sind die Strahlen hier gemeint. Die sind jetzt alle gelb. Yellow represents the Sun. Ja, und das ist auch nochmal yellow. Ripsen sozusagen. Jetzt haben wir hier zwei Räder. Das Gelblatt. Aber man kann es auch von hinten sehen. Was passiert, wenn ich an dem Rad drehe? Die Farbe des Strahls hat sich geändert. Ist er rot? Jetzt ist er gelb. Ah, okay. Da können wir die Zuordnung ändern. Wofür bist du gut? Hier dreht sich das ganze Teil. Naja, aber es scheint sich nur bei dem den Farbcode ändern zu können, der zugewandt ist. Wäre das jetzt Sonne oder das Gelb auch in Ordnung. Der hat jetzt Erde. So, was passiert hier? Wird blau. Wird rot. Rot repensiert Erde. So, dann lassen wir das mal so. Der nächste hat... ...das Wasser-Symbol. Wo ist jetzt blau? Okay, weiter geht's. Erde. Gelb. Blau. Rot. Frühstück. Jetzt haben wir eigentlich alle umgestellt. Wasser ist blau, Erde ist rot, Sonne ist gelb. Aber was stimmt denn hier noch nicht? Moment, also hier haben wir Sonne, Sonne. Hier haben wir Erde. So, auf der anderen Seite. Sonne. Ach, müssen die da drauf scheinen vielleicht? Hier haben wir Erde. Und hier haben wir Wasser. Ja gut, da haben wir nur einmal Wasser, dann können wir uns ja da mal relativ gut orientieren. Wasser muss dann, müsste dann auf den Punkt hier scheinen. Ja. Was sag ich? Das, das, das. Sonst kriegen wir da keine Infos zu. Gucken wir mal. Links hinten die Ecke müsste... Hier nennen wir die Farbe. Müsste dann blau werden. Ah, das hat ja super reingeklappt. Wir sehen das Auge der Ewigkeit. Das Mutiert Auge, glaube ich, heißt das. Oder Ellen Parson, Eye in the Sky. Kann das mir noch irgendwas sagen? Eigentlich kann es da nicht mal anklicken. Was ist das hier? Aha, da unten sehe ich so ein... Das sahen noch die ganzen Teppiche aus, wo wir uns da eben hingestellt haben. Hier noch irgendwas übersehen. Jetzt mal für Spaß, können wir da noch ein bisschen dran drehen? Nein. Das geht nicht mehr. Zacke. Hier oben. Ja. Ja, ja, das wissen wir. Ich befürchte, hier muss ich runter. Mache ich hier alles rumgegangen. Das habe ich eigentlich schön gemacht. Ja. So vom Design her. Ja, muss ich... Also ich will nicht sagen... Ja, irgendwie erinnert es natürlich schon an Stargate. Also mich und natürlich vom Design... Eigentlich nur die gemeinsamen Wurzeln. Das Ägyptische. Aber irgendwie muss ich jetzt an Stargate denken. Was ja schon so ein bisschen... Frei interpretiertes... Frei interpretiertes... Ägyptisches... Design ist. Ja gut, müssen wir runter. Und? Wir haben uns nichts getan. Und dann... Und es geht weiter runter. Kann man wieder hoch? Achso, das Auge dreht sich immer und zu. Mhm. Schön. Kann das jetzt irgendwas sein? Nein. Fackel. Ja, wir sind... Willkommen in den Dungeons. Wir sind jetzt... Die große充 Has Candy. Das Interessante mit... ist Fahrer. Die neues Wendung des Aristokratischen Klasse. Das Tösen ist die Lage von Träputern. Die Klasse. 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 Ich bin ein Geister von Seysan, wütend von Liederschaft in der neuen Ordnung. Ich bin ein Gehirnwäsche. Aha, hier ist also Mason Bauer. Hat hier Gefangenheit, oh Gott, wir kommen da. Kann ich das sehen? Das geht ja wieder weg. Darf ich in den Schatten noch gesehen. Das ist vom Kundentyp. In der Taschenlampe. Was macht der denn da? Dreht sie wieder um und geht weg. Gucken wir mal hier. Also hier ist Mason Bauer gefangen und hier soll drei Monate lang mein Gehirn manipuliert werden. Ich traue mich jetzt gar nicht so richtig raus, wenn da so einer rumläuft. Oh, da kommt wohl noch einer. Das ist mehr als einer. Luftanhalt. Ah, der sieht uns hier nicht. Vielleicht sieht er nur die Sachen, die in seinem Lichtkegel sind. Ja, ist das jetzt ein Hobby von dir her, in Form von meinen Naseaugen abzulaufen? Jetzt geht er wieder. Jetzt ist noch mehrere hier. Was für ein Lichtkegel. Das ist aber ein weißes Licht. Gucken. Ist er weg. Jetzt kommt er wieder. Ja. Ja, das macht es jetzt natürlich ein bisschen... Ist aber spannend. Ist jetzt halt... schon... eher so Jump'n'Run als Rätsel lösen. Aber der konnte es nicht hier rüber. Nee. Was ist denn das hier? Authority. Authority. Principal Authority 2. Was ist... Mit einem... Es kommt ja da hinten schon wieder. Wie soll ich denn hier vorankommen? Ich denke, hier sind wir sicher. Also mit einem eingekreisten... Ich muss jetzt mal aufschreiben. 2... Also der Tipp geht mir da echt auf die Nerven. Ich meine so ein bisschen... Bisschen bekloppt scheint er zu sein. So hin und her zu rein. Der scheint offensichtlich die 3 Monate schon hinter sich zu haben. Hm. Gut, ich... Ich denke, dass das lösen wir dann mal irgendwie... in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und... Ja, bis zum nächsten. Tschüss.